Moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich melde mich mal seit längerer Zeit wieder und bin hier gleich im Raum, wo die Renovierung voranschreitet. Langsam zwar und langsamer als eigentlich vorher angenommen, aber es wird, denke ich mal, bis zur Lammzeit nächstes Jahr. Es wird spätestens fertig sein, vielleicht auch früher mal gucken. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier Estrich drin und haben gleichzeitig auch schon die Lampen an der Wand. Da fehlt aber noch der Kabelkanal von den einzelnen Lampen, der muss noch gemacht werden. Aber sonst schreitet das voran. Und da habe ich hier auch eine kleine Fernmehung für. Braucht man nicht unbedingt, aber war mit im Preis drin. Das muss man gucken, wie weit man die nachher auch nutzt. Und hier kann ich mit der Fernmehung halt die Lampen anmachen und natürlich auch wieder ausmachen. Macht Sinn. Aber ich kann halt auch die Lichtfarbe ändern. Das ist ganz cool. Einmal auch ganz weiß. Dann ein bisschen heller. Oder ein bisschen gelblicher. Und auch ganz gelb. Und auch nochmal in der... Ja, kann ich es dimmen. Und ja, das gefällt mir ganz gut. Das ist echt angenehm. Ich bin jetzt im Moment gerade so, dass ich so die Farbe eigentlich ganz schön finde und auch das. Aber das variiert. Und das kann man halt auch immer wegziehen. Das ist ganz gut. Im Moment ist halt auch so, dass es hier viel Kram erstmal rumsteht, den wir dann natürlich, wenn wir den Boden verlegen sollten und auch das nochmal streicheln werden, dann nochmal rauspacken müssen. Aber sonst, ja, streitet es voran. Und hier geht es also weiter. Ein Update zum Gemüsegarten. Ja, so sieht er aus. Wir haben jetzt auch schon vieles geerntet. Also das... Ja, die Kartoffeln da hinten, die stehen echt super. Haben natürlich jetzt schon ein bisschen gelitten. Aber hier nehmen wir halt peu à peu immer wieder Kartoffeln raus. Die wir dann selber nutzen. Oder ja, Oma und Opa. Uroma, Uropa. Die kriegen dann Kartoffeln von uns. Und dann haben wir hier rote Beete. Die Zucchini. Das ist wirklich eine Pracht. Bei den Sonnenblumen, die ja hier alle hinten stehen, da haben die Hunde, ne, die Hunde, sag ich schon, die Schafe den Kopf abgefressen. Also wir haben ja sonst etwas Schafe gehabt. Die sind jetzt wieder weg, weil das nicht mehr genug Gras ist. Aber da waren die auch nicht zu gangen. Hier sieht man es dann überall. Überall der Kopf abgewissen. Ja, ärgerlich, aber ja, etwas, was wir nächstes Jahr auf jeden Fall besser machen werden wollen. Genauso wie die Zuckerschoten. Da haben wir leider auch, ja, ein bisschen vergessen und auch ein bisschen ahnungslos. Die haben wir leider nicht hochgebunden, dass sie, ja, irgendwo am Netz hängen oder so. Weil so sind die überwiegend alle vergammelt oder von Käfern aufgefressen worden. Das sieht man hier auch. Da sind überall diese Fischerspuren. Das, ja, ist ein bisschen ärgerlich, weil die sind wirklich richtig lecker gewesen. Die, die super waren, die waren wirklich super lecker. Ja, und unsere Erdbeeren haben wir jetzt auch noch nicht groß geerntet. Also da waren eher auch die Vögel bei. Da hoffen wir auch, dass das nächstes Jahr geklappt. Und vielleicht werden wir da dann auch ein Netz rüber spannen, dass wir so dann die Erdbeeren schützen können. Und so auch wirklich gut haben davon. Ja, so schaut das aus. Hier haben wir noch mal so eine bunte Mischung an Blumen gesetzt. Ja, das ist nicht richtig. Aber sieht auch irgendwie ganz schick aus. Beim letzten Video hatte ich auch noch den ganzen Gemüsegarten mit Kannen gegossen. Da wurde ich, ja, habe ich selber auch im Nachhinein auch echt für lustig empfunden. Jetzt, wir haben, Gott sei Dank, jetzt endlich einen Wasserhahn hier. Das ist auch ganz gut, dann auch mit so einem Sprühkopf. Das ist, ja, auch hervorragend. Gerade wenn man dann hier einmal alles wässern will, reicht der Schlauch bis ganz nach hinten. Und, ja, unser Gemüse hat dann halt auch gut davon. Aber jetzt bin ich gerade dabei, hier die Wand einmal ein bisschen zu, ein bisschen sauber zu machen, so dass man die dann auch malen kann. Das ist eine Stallwand, also das wird jetzt hier nicht eine glatte Schicht. Das soll es nicht werden. Den Anspruch habe ich auch gar nicht. Aber das ist ein bisschen glatter Wert, um dass man das dann nachher schön weiß anmalt. Unten das dann absetzt mit einer etwas dunkleren Farbe, ein bisschen grau vielleicht. So eine Stähle hier, die werden wir dann auch ein bisschen ausbessern. Dass wir das dann einmal ordentlich zumachen hier. Und dass es dann eine halbwegs schöne Schicht bekommt. Genau, so schaut es aus. Dann zusätzlich haben wir den Hühnerstall, soweit fertig. Da kommt jetzt nur noch eine Tür ran. Und, ja, Hühnerstall, wir haben uns Hühner angeschafft. Und die sollen uns dann nachher ein paar Eier liefern. Werden wir mal ausprobieren, wie gut das klappt, so dass wir halt auch noch ein paar Eier haben. Mit dem Gemüse und Obst haben wir ja schon, oder, ja, Obst, Bäume, Bäne, ja, Äpfel- und Bärenbäume haben wir hier. Ein bisschen Gemüse haben wir, ein paar Eier, Lammfleisch haben wir. Ja, so ein bisschen selbstversorgend mäßig. Also alles, ja, nicht so wild. Mal gucken, wie das alles klappt. Aber so ist halt unser Anspruch. Ja, schauen wir uns mal an. Hier sieht man dann auch nochmal die Stellen, dass die Schafe hier rübergegangen sind. Und dann halt hier den Kopf weggefressen haben von den Sonnenblumen. Ja, sind halt Schafe, ne? Ja, jetzt will ich euch nochmal schon die Hühner zeigen. Wir haben ja von unserem Nachbarn elf Hühner bekommen, die sich hier prächtig entwickeln. Elfstücke in der Anzahl. Ja, aber noch ein bisschen ländlich, wie wir das hängen sind oder hängen. Hier können sie ja erstmal gut bleiben, bevor sie dann in den Hühnerstall kommen, den wir jetzt zurecht haben. Genau. Aber da müssen sie noch ein bisschen größer werden. Und ja, dann freuen wir uns irgendwann dann über leckere Eier für uns, für unsere Familie. Mal schauen. Ja, hier in der Scheune haben wir alles ausgemistet. Wir haben die Hecken und Tröge gewaschen. Also das sind alles Aufgaben, die wir auch in den letzten Wochen gemacht haben. Neben der Arbeit natürlich draußen, weil ja alle Schafe und Lämmer eigentlich draußen sind. Wir haben nur noch ein paar Lämmer, die, ja, die draußen nichts werden oder die, ja, einfach zu klein sind. Aber wir haben auch einige Lämmer natürlich, die, ja, Handlämmer waren, die jetzt einfach, ja, hier dann halt erstmal groß werden. Da sind sie alle, das sind, ja, alles Handlämmer. Oder halt Lämmer, die, oder halt Lämmer, die einfach nichts werden draußen. Weil die, mal so eins zum Beispiel vorne, das ist einfach zu klein. Ja, und die kriegen hier halt Heu jetzt und, ja, kriegen dann jeden Tag drei Eimer Lämmermast. Und so werden die dann hier im Stall groß. Ja, ansonsten sind die Tiere aber nicht alle draußen. Wir haben, ja, unsere Tiere jetzt am Deich. Und dort, ja, bin ich jetzt gleich wieder unterwegs und werde euch einmal zeigen, ja, wo sie laufen. Und da werden wir einmal gleich langfahren. Ja, hier sind die Hunde. Und, ja, dann wollte ich euch noch kurz einmal zeigen, das Heu, was wir bereits gemacht haben. Ja, da sind wir eigentlich sehr zufrieden mit. Also, das, ja, verfüttern wir ja auch an die Lämmer da vorne. Aber das geht halt auch an irgendwelche Pferde, Tierhalter. Die kriegen auch ein bisschen Heu von uns. Ja, und was sind da die Ballen? Drei, so, so, so. Ja, irgendwas über, über 20 Ballen sind das. Und die werden hier jetzt erstmal, ja, super trockene Lager können die hier. Bevor es dann irgendwann, wenn die Lampseite wieder beginnen, natürlich hier wieder freigemacht werden muss. Aber dann, denke ich, mal ist der größte Teil des Heus dann auch weg. Und, ja, dann haben wir den Platz hier wieder frei. Aber, ja, bis zur Lampseite dauert es ja halt wieder noch. Das ist ja erst wieder im März. Und das ist dementsprechend also noch kein Problem, wenn das da liegt. Das fühlt sich gut! Das fühlt sich gut! Das fühlt sich gut! Baby! Baby! That feels good! Woo! Baby! Ja, hier laufen jetzt die Schafe, die vom März sind. Das sind die, ja, mit die größten. Wir haben ja noch welche, die im Januar auch noch lammen, aber das ist ja nur eine kleine Gruppe. Aber das ist die große Gruppe aus dem März, die ihr auch aus den Videos gesehen habt. Ja, und die Lämmer haben jetzt schon, ja, wirklich ein stattliches Gewicht. Die haben ungefähr, ja, ich denke mal so 45 Kilo Maximum, vielleicht auch schon 50 Kilo. Aber größtenteils halt wirklich 40, zwischen 35 bis 45 Kilo, würde ich sagen. Ja, und die können halt hier optimal laufen. Ja, dann nochmal einen kleinen Überblick, hier bezogen auf die Wand. Ich habe ja bei der Wand schon so ein bisschen verputzt, dass das ein bisschen die Risse rausgeht. Hier oben fehlt das halt noch. Hier oben muss ich halt noch machen. Und wenn man hier weiter guckt, auch da oben. Also ein bisschen ist noch zu tun. Genau, das ist so, dass das auch in den nächsten Wochen vonstatten gehen soll, dass das dann auch irgendwann gestrichen werden kann, bevor dann wieder der Herbst anfängt. Und ja, dann die Regentage sich eher häufen. Von daher geht das hier auch voran. Ja, also da liefen mal Hühner. Ganz, ganz, ganz lange her ist das zwar. Ja, und jetzt wollen wir wieder mit Hühnern ein bisschen uns selbst versorgen, unsere Eier halt selber beziehen. Mal schauen, wie das klappt, wie wir das hinkriegen. Genau, das wird dann halt auch losgehen. Die Hühner habt ihr ja gesehen. Das ist etwas, was auch die nächsten Wochen vonstatten geht, dass die dann auch rauskommen. Das zeige ich euch dann aber auch. Ja, sonst ist erstmal nichts Neues. Freut mich, dass ihr reingeschaut habt. Es war lange her, dass ich ein Video gemacht habe. Es soll jetzt regelmäßig kommen. Ja, schreibt in die Kommentare mal, was ihr sehen wollt. Dann kann ich darauf eingehen. Und sonst wünsche ich euch alles Gute. Nordische Grüße. Nordische Grüße. Ja. Vielen Dank.